Werden die Bitcoin ETFs heute am 5. Januar genehmigt oder verzögert sich das Ganze doch nochmal auf Ende nächster Woche? Theorien folgen auch im Netz, dass das Ganze vielleicht sogar gar nicht im Januar genehmigt wird. Wer was sagt und was im Moment die wichtigsten Punkte ist, das schauen wir uns jetzt einmal alles in diesem Video an. Wir werden zusätzlich natürlich uns einmal angucken, wie der Chart aussieht, was da im Moment wichtige, entscheidende Zonen sind. Wir werden jedoch auch Blick auf Sachen wie zum Beispiel das Thema Suchergebnisse geben. Denn da gibt es derzeit einige spannende Erkenntnisse. Wir schauen uns zusätzlich an, wo derzeit wichtige Liquidation Areas liegen, welche in meinen Augen definitiv noch erreicht werden müssen. Wir schauen uns den vielen Greed Index an und gucken uns an, was es da für wichtige Erkenntnisse gibt. Und zu guter Letzt uns nochmal das Number of AdWords, also die Nummer der verschiedenen Wallets da draußen an. Warum das ganze Thema im Moment so spannend ist und was jetzt entscheidend für den Markt ist. All das werde ich dir in diesem Video einmal erzählen nach dem Intro. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass es noch eine sehr, sehr spannende Sache in diesem Video gibt. Mehr dazu seht ihr gleich. Und genau Leute, denn ich möchte einfach Danke sagen. Das Jahr 2023 war echt komplett gestört. Wir haben alles abgerissen als Community da draußen. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, dass ich einmal in Partnerschaft mit BitGet 3 iPhone 15 Pro Max an euch da draußen verlose. Das ist einfach ein kleines Dankeschön von mir an euch, einfach um euch auch mal was zurückzugeben. Und dafür müsst ihr tatsächlich gar nicht viel tun, denn ihr müsst einfach über meinen Link in der Videobeschreibung bei BitGet registriert sein. Da kommt ihr einfach hier auf diese Seite und drückt dann hier einmal auf den Registrieren Button, um bei diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Solltet ihr bereits über meinen Link bei BitGet registriert sein, dann könnt ihr das Ganze trotzdem natürlich mitmachen, indem ihr auch einfach trotzdem auf den Button drauf drückt. Meldet euch mit eurem Account an und werdet dann automatisch teilnehmen. Dieses Gewinnspiel ist so aufgebaut, dass es verschiedene Tickets gibt, sage ich mal. Und diese Tickets könnt ihr bei verschiedenen Arten und Weisen bekommen. Das Ganze findet ihr hier unten auch nochmal genauer aufgelistet. Umso mehr Tickets ihr bekommt, umso höher ist natürlich auch die Gewinnwahrscheinlichkeit. Ihr könnt Tickets durch Einzahlungen gewinnen, ihr könnt Tickets durch Traden gewinnen und ihr könnt Tickets auch durch QIC gewinnen. Das heißt viele verschiedene Sachen, wie ihr an dem Ganzen teilnehmen könnt. Der Zeitraum begrenzt sich dabei vom 4., also von gestern. Da habe ich es schon bei mir auf der Telegram Community geteilt. Bis zum 18. Januar. In der Zeit habt ihr Chance mitzumachen. Von daher wünsche ich euch viel Erfolg. Wie gesagt, umso mehr Tickets ihr verdient, umso mehr Chance habt ihr am Ende des Tages auch das iPhone zu gewinnen. Von daher würde ich sagen, checkt das Ganze auf jeden Fall ab. Link in der Videobeschreibung. Einmal der Gewinnspiel-Link, darüber einmal bei BitCat registrieren. Oder als falls ihr schon über meinen Link, ganz ganz wichtig, über meinen Link registriert seid, könnt ihr definitiv auch mitmachen. Von daher wünsche ich euch jetzt viel Erfolg. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt mal wieder rüber zum Thema Bitcoin ETFs. Genau Leute, und zwar gehen im Moment die Gerüchte weiter wie seit langem nicht mehr. Heute sagen zumindest viele da draußen, sollen die Bitcoin ETFs genehmigt werden. Ob das der Fall ist, ich sage euch meine ehrliche Meinung, nein. Denn um diese ETFs genehmigen zu müssen, müssen derzeit noch Dokumente finalisiert werden. Und nicht nur finalisiert werden, sondern von der SEC auch noch genehmigt werden. Und dieses entscheidende Dokument, was dabei derzeit im Raum steht, ist das sogenannte 19B-4-Dokument. Das Dokument und das S1-Dokument. Hier ist es wohl so, dass heute die Antragsteller das finale Dokument abgeben werden. Die Frage, die man sich aber dann natürlich stellen muss, ist, ob die SEC das Ganze dann auch noch heute genehmigt. Und da denke ich persönlich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Ich persönlich denke, dass wir nach wie vor in unserem angepeilten Zeitraum uns weiterhin, ja, sage ich mal, bewegen. Ich denke, der 8. bis 10. Januar ist das entscheidende Fenster. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir am nächsten Freitag, also jetzt in einer Woche, spätestens das Ganze genehmigt bekommen. Und somit in der ersten richtigen Handelswoche, ja, weil der Montag war ja sozusagen noch Feiertag, in der ersten richtigen Handelswoche 2024, wir die Spot-Bitcoin-ETFs genehmigt bekommen. Das ist das, was ich denke. Aber jetzt sind einige spannende Sachen passiert. Und das will ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Wir haben ja vor kurzem diesen massiven Abverkauf gesehen. Ja, Grund dafür waren News, dass das Ganze wohl abgelehnt werden soll. Und das hat hier einmal diesen massiven Abverkauf mit sich gebracht, mit massiven Liquidations, die wir hier aus dem Markt rausgeholt haben. Das Ganze hat sich aber hier relativ schnell gefangen. Und es ist relativ schnell klar geworden, dass diese News nicht wirklich weiter relevant waren. Der Markt hat sich hier massiv erholt, hat daraufhin jedoch auch hier nochmal eine starke Liquidation-Candle mitgebracht. Und das zeigt uns natürlich auch derzeit, dass der Markt im Moment tatsächlich sehr, sehr volatil und riskant ist. Und somit hier auch auf jeden Fall die Empfehlung, sehr vorsichtig am Markt zu agieren. Insgesamt haben wir hier unten von diesem Abverkauf bis jetzt schon wieder ca. 7-8% uns im Markt erholt. Und hier ist natürlich jetzt die Frage, was als nächstes passiert. Eine Sache, die ich auf jeden Fall hier sehr, sehr stark gemerkt habe, ist folgendes. Wenn wir bullige News bekommen, wie wir das in den letzten Tagen eigentlich die ganze Zeit bekommen, ein Antrag nach dem nächsten wird eingereicht und so weiter und so fort, dann sehen wir hier leichte Anstiege. Bekommen wir jedoch eine negative News mit, dann wird der Markt jetzt zur Hölle abverkauft. Und das macht mir persönlich ein bisschen Bauchschmerzen. Und deswegen denke ich auch nach wie vor, dass wir ein Selden-News-Ereignis haben werden. Und ich habe euch ja bereits vor Tagen schon gesagt, wie ich mir das gut vorstellen kann. Das will ich euch jetzt hier auch nochmal zeigen. Und zwar habe ich hier oben diesen Bereich selbstverständlich euch schon einmal markiert, wo ich denke, dass wir im Markt hinkommen werden. Das bedeutet, ich habe jetzt hier nochmal den besseren Chat rausgeholt, den wir ja bereits vor Tagen gemeinsam besprochen haben, dass wir hier oben nach wie vor diesen Bereich einmal anlaufen. Und zwar die magische 50.000-Dollar-Linie. Da liegt übrigens einiges an Short-Positionen auch in den Order-Büchern rum. Das ist in meinen Augen hier sehr, sehr realistisch. Ich denke jedoch, dass wir bis zur Genehmigung hier nochmal dieses High definitiv durchbrechen und uns vielleicht hier in so eine Bewegung geben und dann hier Richtung ETF-Stadt bis zu 50.000-Dollar ansteigen werden und dann in einen massiven Abverkauf geraten könnten. Wieso? Das ist hier relativ klar mit der Liquidation Heatmap einmal zu argumentieren. Denn nach wie vor haben wir das größte Volumen innerhalb der Area zwischen der 35.000 und der 25.000. Das seht ihr einmal, wenn ich das Ganze hier in einem größeren Timeframe öffne. Und vor allem das Level der 34.000 ist in meinen Augen hier sehr, sehr interessant. Denn hier liegen noch einige Milliarden an Dollar, insgesamt hier über 5 Milliarden an Dollar in Liquidation, wo ich persönlich der Meinung bin, dass wir das Ganze hier nochmal abholen können. Jetzt ist aber eine Sache passiert, wo ich persönlich nochmal echt drüber nachgedacht habe. Und zwar hat Bitwise, selber einer der Antragsteller, hat folgendes gestern Abend gepostet, gepostet, beziehungsweise gestern im Laufe des Tages gepostet. Und zwar haben sie ganz viele verschiedene Advisor, also finanzielle Berater, sage ich mal, rund um die USA gefragt und interviewt, was sie denn derzeit denken. Und da kam Erschreckendes raus. Und zwar, dass weniger als die Hälfte aller Experten vermuten, dass überhaupt nur ein ETF genehmigt wird im Jahre 2024. Nochmal, weniger als die Hälfte vermuten ein Spot-Bitcoin-ETF im Jahre 2024. Wir reden davon, dass nur 39% aller Experten daran glauben, dass dieses ETF überhaupt genehmigt wird. Die Rede ist hier nicht mehr von Januar, sondern generell vom Jahre 2024. Und das ist natürlich extrem, extrem interessant. Im Kontrast dazu schreiben sie auch, dass der Bloomberg-ETF-Analyst gesagt hat, dass das Ganze zu 90% im Januar bereits genehmigt wird. Und das ist hier natürlich an der Stelle sehr, sehr konträr. Deshalb müssen wir hier natürlich auch aufpassen. Und deshalb ist mir eine Sache in den Kopf gekommen, die in meinen Augen sehr, sehr gefährlich sein kann. Und zwar habt ihr gesehen, was passieren kann, wenn negative News derzeit in den Markt reinkommen. Und zwar ein starker Abverkauf von um die 10%. Und jetzt müsst ihr euch natürlich der Frage stellen, was passiert, wenn die ETFs zum Beispiel abgelehnt werden. Was ist, wenn die News kommen, SEC lehnt ETFs ab oder SEC verschiebt ETF-Antrag auf März oder auf Februar oder nochmal weiter, was auch immer. Dann, denke ich, wird es ein massives Blutbad geben. Und dieses Szenario ist in meinen Augen nicht unrealistisch. Ich persönlich bin der Meinung, dass die ETFs genehmigt werden, dass die Dokumente eingereicht werden und das Ganze früher oder später genehmigt wird. Aber ich denke nach wie vor, dass wir ein Sell-the-News-Event sehen werden und die Euphorie und die Erwartung an das Ganze deutlich größer ist, als es dann am Ende des Tages ist. Nach wie vor, es sind Cash-Only-ETS. Das Ganze wird nicht mit Bitcoins hinterlegt. Somit, denke ich, werden wir hier nochmal einen sehr, sehr starken Abverkauf zwischen der ETF-Phase und dem Bitcoin-Halving, was vermutlich im April sein wird, sehen. Ja, das ist hier an der Stelle einmal sehr, sehr spannend und auch Experten, wie jetzt zum Beispiel Eric Balkunas, sagt selber, was ist heute Sache. Die SEC bespricht die Dokumente 19B4S und das S1. Das sind die entscheidenden Dokumente, wo seit Wochen darüber gesprochen wird. Und höchstwahrscheinlich werden da heute alle Sachen, sage ich mal, nahezu erledigt sein. Aber das Ganze wird wahrscheinlich heute nicht genehmigt und somit auf nächste Woche vertagt. Und da, denke ich, wird die Entscheidung dann stattfinden. Das ist das Szenario, was ich derzeit definitiv, sage ich mal, realistischsten finde. Jetzt eine Sache, die aber auch sehr, sehr spannend ist, ist das Thema Suchergebnisse. Und zwar könnt ihr bei Google Trends natürlich immer die Suchergebnisse sehen. Und wir sehen natürlich, wenn wir uns jetzt Bitcoin in den letzten zwölf Monaten angucken, dass natürlich hier in den letzten Monaten ein deutlich höheres Suchergebnis an den Markt gekommen ist. Was jedoch hier sehr, sehr spannend ist, ist das verwandte Themen derzeit extrem stark gesucht werden. Und zwar BlackRock-Thema. Und BlackRock-Thema ist ein Suchergebnis oder generell BlackRock, ihr seht es hier öfter, ist natürlich das Thema der ETFs. Und ihr seht selber, was das hier für einen prozentualen Zuwachs hat. Das heißt, der Retailer-Markt steigt massiv in diese Suchergebnisse ein. Außerdem sehen wir, das Erschreckende, war auf jeden Fall für mich Erschreckende, wie geisteskrank hier zum Beispiel auch die Suchergebnisse im Vergleich Solana gegen Bitcoin ETF, wie krass Solana derzeit auch abgeht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mal wollt, dass ich auch ein bisschen zum Altcoin-Markt mache, schreibt es in die Kommentare rein. Allgemein denke ich auf jeden Fall, dass hier sehr, sehr spannend. Vor allem, dass dieses BlackRock-Thema so massiv gesucht wird derzeit. Heißt einfach, viele Retailer gehen in den Markt rein. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen, in Anführungszeichen. Denn dort haben natürlich die großen Institutionen immer das Interesse, die Retailer nochmal aus dem Markt herauszuspüren. Schaut man sich zu guter Letzt einmal die Number of AdWords an, sehen wir, dass diese hier auch immer und immer weiter steigen. Wir hier einen Rekord hoch nach dem nächsten haben. Ja, ihr seht, wir sind hier mittlerweile bei 1,2 Milliarden Adressen im allgemeinen Markt. Was hier natürlich massiv ist und sehr, 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 sehr krass ist. So was gab es noch nie, so viele Adressen gab es noch nie. Das ist absolutes Rekord hoch. Somit zeigt es uns immer und immer mehr, wie hoch das Interesse am Markt ist. Der Fear and Greed Index ist hier nach wie vor über 70, also sehr, sehr greedy. Und alle Anzeichen stehen in meinen Augen derzeit dafür da, dass, wie gesagt, ein Selden News Event, also nochmal ein Abverkauf das realistischste ist. Wir vorher mit Sicherheit nochmal einen Pump sehen, vor allem nach der offiziellen News einen Pump sehen, aber dann einen starken Abverkauf erleben werden. Das ist das, wie ich derzeit den Markt sehe. Heißt, ich denke, die ETFs werden heute noch nicht genehmigt. Ich denke, nächste Woche wird sich das ganze Thema entscheiden. Checkt das Ganze auf jeden Fall ab. Checkt das Gewinnspiel ab. iPhone 15 Pro Max könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Als Danke an euch zurück. Von daher würde ich sagen, das war es für heute. Schreibt in die Kommentare rein, was ihr zu der ganzen Thematik denkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.